Hallo zusammen und schön, dass ihr zu diesem Video eingeschaltet habt. Wie jeder von euch, der meinen Kanal und auch meine Videos verfolgt, wisst ihr natürlich, dass ich wahnsinnig gerne in den Bergen unterwegs bin, sehr, sehr gerne reise und dementsprechend auch auf der ganzen Welt unterwegs bin. Ja, und da nehme ich euch ja immer ganz, ganz fleißig mit, ob das jetzt hier auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Reiseblog oder auf Instagram ist, mit. Und in dem Zusammenhang habe ich Anfang des Jahres eine ganz, ganz spannende Anfrage vom ZDF bekommen, gemeinsam eine Reportage im Berchtesgadener Land zu drehen. Ich liebe ja das Berchtesgadener Land. Ich finde es wunderwunderschön. Bin schon einige Male auch dort gewesen und habe da auch schon einige Videos auch gedreht. Und natürlich habe ich gesagt, dass ich das wahnsinnig gerne mache. Und dann haben wir im Juni ein paar Tage zusammen gedreht. Und ich freue mich extrem, euch sagen zu können, dass die Reportage am Sonntag, den 6. August, im ZDF ausgestrahlt wird. Ja, wer am 6.8. um 18 Uhr keine Zeit haben sollte, das Ganze gibt es natürlich anschließend auch noch in der Mediathek. Und ich freue mich riesig über jeden, der einschaltet. Ich freue mich auch riesig über jeden von euch, der meinen Kanal supportet, der meine Videos anguckt und auf all meinen Reisen, Wegen und Wanderungen gerne dabei ist. Und daher würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr die Reportage anschaut und auf jeden Fall einschaltet. Ja, und wenn ihr Lust habt, mir anschließend irgendwie ein Feedback zu hinterlassen, könnt ihr das natürlich wahnsinnig gerne unten im Kommentarfeld machen. Ist natürlich für mich auch immer super, super spannend, auch zu erfahren, wie euch das Ganze gefallen hat. Ja, ich verabschiede mich aus diesem Video, hoffe, wir sehen uns am 6.8. bei der Reportage wieder und ansonsten in all meiner nächsten Videos. Ich sage ciao, pia di, bye bye, bis zum nächsten Video.